Freizeit! 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 Lauter! Das haben wir auch schon gesehen gehabt. Das haben wir auch schon gesehen. Aber ein komisches Spiel hat mich schon super bei uns. Wir haben ja nicht so aufgelöst. Natürlich! Das ist doch nur... So ein halbes... So ein halbes... So ein halbes... Geht mal die Hände hoch! Alle Hände hoch! Das ist da riesig durch für die. Aber ein anderer auch. Das ist auch riesig durch. Der ist von der Bühne. Der hat irgendwas einfach rausgefunden. Der ist doch ein Zzzied! Der ist doch ein Stümmel! Der ist doch ein Stümmel! Der ist doch so großartig! Wir sollten die Leute und die Stümmel fassen. Die meisten machen ja die alleine. Ich hab mich auf den Mund geküsst, so rafft man das an Schalltüren. Leute, ich würd, dass ihr alle mal kurz die Hau...